Hallo und herzlich willkommen bei Wiener Berger. Mein Name ist Susana Bethova. Ich bin in der Personalabteilung als Compensational Benefits Expertin tätig und ich freue mich sehr, euch unser Unternehmen heute vorstellen zu dürfen. Hier befinden wir uns in unserem Lobbybereich, wo unsere Mitarbeiter und Besucher jeden Tag reinkommen. Da ich auch noch relativ neu in Unternehmen bin, kann ich mich ganz gut daran erinnern, als ich zu meinem ersten Bewerbungsgespräch hierher gekommen bin. Da wurde ich nämlich ganz herzlich und freundlich von den Kolleginnen und Kollegen am Empfang begrüßt. Und jetzt, um weiterzukommen, brauchen wir einen Mitarbeiterausweis. Also, kommt mit! Jetzt befinden wir uns im sechsten Stock, wo wir uns die Open Space Büros in der IT-Abteilung anschauen können. Das Gebäude ist eigentlich relativ neu. Wir sind erst vor einem Jahr angezogen und wie ihr es sehen könnt, sind die Büros sehr hell und modern. Uns ist offene Kommunikation sehr wichtig. Es macht die Zusammenarbeit viel leichter, wenn man sich wie den Kollegen ganz unkompliziert schnell und direkt abstimmen kann. Und jetzt zeige ich euch, wie die Meetingräume bei uns ausschauen. Kommt mit! Unsere Meetingräume sind sehr großzügig und mit der modernsten Technologie ausgestattet. Da wir sehr international ausgerichtet sind und haben Kollegen in circa 30 Ländern, nutzen wir sie oft für Videokonferenzen. Und nach jedem Meeting trinken wir einen Kaffee, oder? Daher zeige ich euch gleich unsere Cafeteria. Und bevor wir jetzt eine kurze Pause in der Cafeteria machen, zeige ich euch, wie unsere Silent Drums ausschauen. Und nun befinden wir uns an meinem Lieblingsort in der Cafeteria. Hier trinke ich gerne Kaffee mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und wir bekommen auch täglich frisches Obst, um gesund zu bleiben. Und jetzt übergebe ich an unsere Senior Vice President HR, die euch dann mehr zum Thema Unternehmenskultur und Benefits erzählt. Mein Name ist Ulrike Baumgartner-Vorsner. Ich bin Senior Vice President Organizational Development and HR bei Wiener Berger. Obwohl wir schon 200 Jahre alt sind, sind wir im Herzen wirklich jung geblieben und wir möchten Brücken in die Zukunft schlagen. Das bedeutet, dass uns besonders Umweltziele, Nachhaltigkeitsaspekte, Biodiversität etc. ein großes Anliegen sind. Wir haben uns dazu vorgenommen, bis 2023 unsere CO2-Emissionen um 15 Prozent zu senken und unsere Training Invest in Mitarbeiter noch um 10 Prozent zu steigern. Wir suchen passionierte Menschen, die unternehmerisch denken und Verantwortung übernehmen wollen. Wir sind ein internationales Headquarter in Wien, das wirklich global tätig ist. Wir bieten demnach auch wirklich vielfältige Karriereperspektiven. Unter anderem haben wir auch ein topmodernes Headquarter, flexible Arbeitszeiten, Gesundheitsvorsorge, das Job-Ticket in unseren Angeboten und viele, viele, viele weitere Benefits. Arbeiten ist bei uns wirklich truly international. Ein großer Anteil unserer Mitarbeiter hier am Standort hat einen internationalen Background, circa 30 Prozent. Bei uns stehen wirklich Nachfolgeplanung, interne Nachfolge und internationale Karrieremöglichkeiten im Vordergrund. Wenn euch unser Unternehmensrundgang gefallen hat, dann schaut bitte auf unsere Homepage, dort haben wir ganz tolle Jobmöglichkeiten, auch für Studenten.